Und, ich möchte euch noch mal dran erinnern. Auswärtszieht! 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 Ihr wisst, wie schnell sie uns versucht hat, drei Punkte abzuziehen. Deshalb, Jungs, geht fern rum und lasst irgendwelche dummen Sprüche. Wenn euer Nachbar mal irgendwas anfängt, krägt den Zeichen hin. Was, was kann die Stadt tun? Was kann hier tun? Wir werden schnellstmöglich im nächsten 3. Monat über eine Entscheidung der Stadtrat herbeizuhören, um diese Problematik auch deutlich zu machen und dem Stadtrat auch nicht beziehungsweise entscheiden zu lassen. Das heißt, gebt uns noch einige Zeit. Die Zeitung wird vorbereitet für den Stadtrat. Wurde diese Entscheidung, wenn wir noch treffen, dass er Gründe anliegt. Feuerinteresse muss es heute sein. Wir auswärts, wie Magdeburg, was ihr... Magdeburg, was ihr... Magdeburg, das ist so geil. Und alle auch vernünftig nach außen vertreten. Wir sind die Botschaft der Halle. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen eine Tiefdomen, die Realität. Wir brauchen die Tiefdomen die Tiefdomen. Und hier. Es gibt wirklich Z事 zu rennen. Rauchen sie folgen uns. Denken bitte drauf, hier seid die Botschaft der Halle. Ihr müsst euch auf ceitle Darstelle. Und ihr müsst your Sonne zurückkommen. Wir wünschen uns einen Sieg! Ein kräftiges Sieg! Ein kräftiges Sieg!